21. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lisbeth Schmidt Advent von Rainer Maria Rilke Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hinbereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Ende von Advent Ende von Advent